Der Charity Event setzt sich weltweit ein dafür, dass Kinder durch Bildung mehr Chancen bekommen und aus der Armut raus können. Bildung ist der Schlüssel zur Gerechtigkeit hier bei uns und weltweit auch. Von daher toll, dass sich das Charity Event dafür einsetzt, genau der richtige Ansatz. Und außerdem ist das Charity Event eines dieser neuen Initiativen, Projekte, Social Entrepreneurs, die in den letzten Jahren in Deutschland entstanden sind. Kluge Köpfe, tolle Ideen, gute Initiativen, das unterstützen wir gern. Von daher, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.